Ich bin Eichel Bernhard und jetzt gibt es wieder mal wieder dieser Tagebuch nach meinen super Wochenenden. Und am Freitag habe ich ja 20 Leute gehabt in die Konüse, die da habe ich irgendwie so genossen. Und am Samstag bin ich dann zu meinem Urteil eingefahren und habe ich meinen Kleinen nicht so wieder gesehen, war recht super und das hat mir wieder viel Spaß gemacht, weil die war wieder viel bei mir. Und gestern bin ich wieder in die Wohnung gefahren und hat damals nur recht gemütlich gemacht. Und gestern bin ich mit meiner Tante nur im Theater. Ich weiß aber nicht mehr, wie das Theater kauft. Aber lustig war's. Aber lustig war's. Genau, das war recht super. Und was noch ist, was ich schon gemacht habe, in einem Wochenende. Schreibt mir das in den Kommentaren, wenn ich es wissen darf. Ich bitte Eichel Bern. das war sehr genau. 25. 25. 25. 26. 35. Vielen Dank.